UNTERTITELUNG Wegen Arschtritt, klar? Aber das hast du doch jetzt eigentlich schon, Captain Kazamatsu. Kann es sein, dass du noch nicht so ganz raffst, was hier gerade los ist, Ryota? Wer zum Teufel ist die Zehn? Was? Oh, das ist nur Kagami. Kagami? Noch nie von ihm gehört. Ach, vergiss den einfach. Was hältst du von dem, der den Ball gestohlen hat? Die Elf. Das ist Kurokuchi, mein ehemaliger Teamkamerad von der Teiko. Er ist voll spitze, findest du nicht auch? Warum bist du so scheißfröhlich, hä? Wie auch immer, ich muss zugeben, dass sie einen ziemlich starken ersten Eindruck hinterlassen haben. Es wäre doch verdammt unhöflich, wenn wir uns dafür nicht revanchieren würden.